Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Linux Tagen, Open Source und Linux Tagen. Ich bin frech, ich sage das einfach mal, auch wenn es vielleicht nicht an mir liegt. Mein Name ist Cornelius Kölbl, ich habe einen ziemlich frühen Vortrag irgendwie nach dem Kick-Off hier. Deswegen habe ich mich ja dreistet nochmal guten Morgen zu sagen. Ich möchte euch heute was erzählen über die Zukunft der Mehrfaktor-Authentifizierung. Und wie das so schön ist im Leben, wir können im Prinzip sehen, was wir für die Zukunft aus der Vergangenheit lernen können. Ja, kurzer Kommentar zu mir. Ich beschäftige mich glaube ich seit 1994 mit Linux. Ich hatte mal irgendwann Physik studiert. Seit 2005 habe ich dann gearbeitet bei einem Unternehmen, da haben wir uns mit Smartcards beschäftigt, mit HSMs. Also in diesem Fall, was ich gerade eben gelernt habe, keine hierarchischen Storage-Module, sondern Hardware-Security-Modules. Und so gesehen also seit 2005 mit dem Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung unterwegs mit Smartcards, Public Key-Infrastrukturen. 2014 habe ich das Projekt Privacy Ideal losgetreten und dazu auch ein Unternehmen gegründet, um da irgendwie Beratungsleistung für zu erbringen. Und ich bin auch schon eine Weile unterwegs und erzähle irgendwas auf irgendwelchen Konferenzen. Und da habe ich mir gedacht, komme ich doch mal vorbei und gucke ich mal, ob ich das noch kann. Jetzt, so, sind ja auch spannende Sachen passiert. Und ach ja, dieses Privacy Ideal-Projekt, aus irgendeinem Grund habe ich noch erwähnt, wir haben auch mal irgendwie Preise damit gewonnen. Aber überzeugt euch selbst. Was will ich heute erzählen? Ich will euch einen ganz kurzen Überblick über Privacy Ideal geben. Das ist so ein Zwei-Faktor-System. Ich will euch keinen Überblick mehr über Zwei-Faktor geben, weil ich gehe davon aus, dass ihr wisst, was das ist. Wenn nicht, könnt ihr es in den Raum verlassen. Ich mache die Augen zu quasi und mich nachher nochmal fragen. Dann will ich euch erzählen, weil das ist ja jetzt das Spannende. Was haben wir eigentlich die letzten zwei Jahre mit Privacy Ideal gemacht? Wie haben wir das erlebt? Und was haben wir da für die Zukunft daraus gelernt? Was heißt das im Prinzip für die Mehrfaktor-Authentifizierung für die Zukunft? Was kommt da auf uns zu? Und das ist ja interessant. Also wie ich den dritten und vierten Punkt unterscheide, was wir da also daraus gelernt haben, weiß ich eigentlich selber nicht. Gut. Privacy Ideal, wo kommt das her? Das Ganze geht zurück auf das Jahr 2006. Da gab es ein Radius-Plug-In für den Free-Radius. Das war in C geschrieben. Und es konnte irgendwie so eventbasierte HOTP-Token verwalten. Genau, einzig und allein für den Free-Radius-Server. Recht limitiert. Ich habe mit Kollegen dann damals, 2010, eine Software losgetreten. Das war dann Lin-OTP 2. Das war in Python geschrieben mit dem Pyramid-Framework, was inzwischen nicht mehr existiert. Was in ein anderes Framework übergegangen ist, was auch schon wieder seit, ich weiß nicht, fünf Jahren End-of-Life ist. Also ist alles schon so ein bisschen älter. Wir haben damals so Aladdin-E-Token verwaltet. Weiß ich nicht, ob das hier jemand kennt. War aber ganz fluffig, weil es war im Prinzip damals so das Einzige, was man in dem Bereich so in Open Source machen konnte. Na ja, und 2014 dachte ich mir, man kann das nochmal alles ein bisschen geschickter aufziehen. Und habe dann also mit Privacy-Idea angefangen, allgemein gesprochen, zur Verwaltung von Authentifizierungsobjekten. Und manchmal ist es also tatsächlich interessant, sich so auf diese allgemeine Sichtweise zurückzuziehen und sich nicht gleich loszurennen und zu sagen, ja, wir machen Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, alles klar, das ist doch das, wenn ich so einen Code auf meinem Smartphone angezeigt bekomme. Eben, nein, ist es nicht. Also es ist eigentlich immer die Frage, zwei, drei Schritte zurückzugehen und sich eben zu überlegen, okay, wie kann der Benutzer sich denn überhaupt authentisieren. Und unser Ziel ist also, das irgendwie alles zu verwalten, was auch immer da kommt. Denn was sind denn Authentifizierungsobjekte? Mist, ich habe hier nicht so ein Speaker-View, mir fehlt hier so ein zweites Monitor. Naja, ist in Ordnung. Was sind denn so Authentifizierungsobjekte? Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch vom Online-Banking, da hatten wir TAN-Listen. Ja, das war im Prinzip, ja genau, das war so ein Stück Papier, da standen so Nummern drauf und dann wurde man also gefragt, ja, wie ist denn da deine Nummer? Dann hat man die abgelesen, eingetippt, ausgestrichen und im Prinzip hat man damit nachgewiesen, dass man dieses Stück Papier besitzt. Heute, ach heute, ich habe hier eine Behauptung drin stehen, wie man das heute macht. Wie macht ihr denn heute Zwei-Faktor-Authentifizierung? OTP, ja. Also es ist eben, TOTP hat sich da durchgesetzt, also Zeit-basiertes OTP. Wenn ich irgendwo einen Dienst habe, you name it, ohne jetzt hier irgendwie Schleichwerbung zu machen, also irgendwo einen Dienst, Cloud-Dienst, Webshop vielleicht sogar, ja, dann sagen die mir hier, zack, kannst du deinen zweiten Faktor ausrollen und also heutzutage wird das irgendwie gerne gemacht. Die Leute, die ein bisschen moderner sind, machen vielleicht Push, Authentication, also dass man eine Nachricht auf Smartphone geschickt bekommt, möchtest du dich anmelden? Ja. Morgen wird uns ja erzählt, also eigentlich wurde uns letztes Jahr schon erzählt, dass das morgen passiert, also auch durch Heise ist ja eine Kampagne da gelaufen, hier WebAuthn, Fido 2, ja, Passwordless Authentication, Achtung, Passwordless Authentication heißt nicht, dass ihr euch kein Passwort merken müsst, das heißt nur, dass der Cloud-Dienst kein Passwort mehr von euch kennt. WebAuthn, super Sache, technisch cool durchdesignt, das W3C hat da ja auch mitgearbeitet, also die Speck ist lang genug und der Punkt ist aber, dass es eben aufwendiger ist, zu implementieren, einzubinden. Also wenn ihr im Prinzip zu Amazon geht und euch da einen zweiten Faktor ausrollt für euren Account, ist es wahrscheinlich nicht WebAuthn. Deswegen habe ich hier geschrieben, na morgen ist es vielleicht WebAuthn, womit wir uns dann sicherer authentisieren. Was ist es nächstes Jahr? Keine Ahnung. Das wollen wir mal hier so ein bisschen analysieren. Wenn ich jetzt irgendwie Privacy-ID anschaue, unterstützt zum einen Privacy-ID dieses Spektrum der Authentisierungsobjekte gestern, heute, morgen. Also wir können auch TAN-Listen. Also wenn ihr unbedingt wollt, kann man im Privacy-ID auch TAN-Listen verwalten. Oder eben WebAuthn-Token. Und der Knackpunkt ist, wenn ich jetzt also auf Privacy-ID schaue, was ihr vielleicht oft erlebt, ist, Webdienst sagt, hier, möchtest du einen zweiten Faktor ausrollen? Dann sagt ihr, ja, super, dann habt ihr einen zweiten Faktor für euren Webdienst A. Jetzt geht ihr zum Webdienst B. Der fragt euch, wollt ihr einen zweiten Faktor ausrollen? Sagt ihr, ja, jetzt habt ihr in eurem, ich sage es halt einfach, weil es verbreitet ist, nicht, weil ich es gut finde, in eurem Google Authenticator, also schon zwei Profile. Wer hat mehr als fünf Profile in seinem Google Authenticator? Es gibt auch nichts zu gewinnen. Nein? Okay. Also ich kenne Leute, die haben da im Prinzip eine lange Liste drin, wenn man das so weiterführt. Der Punkt ist, was ich hier stehen habe, ist im Prinzip eine applikationsinterne Mehrfaktor-Authentifizierung wäre das, dass ich im Prinzip zu einem Dienst gehe, zu einer Applikation und mir für diese Applikation einen zweiten Faktor ausrolle. Das ist auch im Unternehmensumfeld teilweise üblich, also wenn man eine Firewall hat, Softwars, Netzscaler, ja, dann können diese Firewalls beispielsweise einen zweiten Faktor ausrollen für das VPN. Die Frage ist natürlich, will man das, weil wenn ich jetzt diesen zweiten Faktor, den ich bei mir in der Firma ausgerollt habe für mich, vielleicht will ich den ja auch woanders nutzen, nicht nur an der Firewall, sondern an meinem XXX Cloud, ja, geht dann nicht, weil die andere Applikation nicht weiß, wie sie mit der Firewall redet. deswegen will man eigentlich eine zentrale Verwaltung haben, hier, zentrale Verwaltung und das ist Privacy IDEA. Das heißt, mit Privacy IDEA verwalte ich zentral meine zweiten Faktoren und der Benutzer rollt sich den also einmal aus und ich kann sie öfter verwenden. Privacy IDEA ist eigentlich ein blödes Stück Software, das hat absolut keinen Eigenzweck. Also es ist so für die Wertschöpfungskette eigentlich gleich Null. Privacy IDEA ist kein VPN, ist kein Reverse Proxy, ist keine Benutzerverwaltung, ist auch kein Radioserver, es ist auch kein Single Sign-On-Identity Provider, es ist einfach nur eine zentrale Verwaltung für Zweitfaktoren oder allgemein gesprochen Authentifizierungsobjekte. Ja, und so gesehen wollen wir im Prinzip auch keine Konkurrenz sein zu irgendjemandem. Es gibt so ein paar ganz lustige Artikel im Internet, da wird irgendwie Keycloak verglichen mit Privacy IDEA und so und ich sag mal hier Volltreffer quasi wieder Apple und Birn irgendwie miteinander verglichen, weil Keycloak beispielsweise macht was ganz anderes als Privacy IDEA für die Leute im Internet, die können mal kurz anhalten und Keycloak googeln oder so, auch egal. Der Punkt ist, Keycloak ist im Prinzip beispielsweise ein Identity Provider. Das macht Privacy IDEA nicht. Wir bedienen dieses Authentifizierungsprotokoll nicht. Aber wie dieses Schaubild hier irgendwie schlecht zeigt, ist es so, dass wir im Prinzip mit Privacy IDEA eine Verbindung zwischen Keycloak und Privacy IDEA herstellen können. Habe ich das jetzt hier gleich? Nee, nicht. Wo war ich denn? Ja, wüsste mal. Und das heißt, man kann Privacy IDEA im Prinzip an Keycloak anbinden. Dafür haben wir im Prinzip alle möglichen Komponenten. Wir wollen keinen Radius-Server neu implementieren. Wir wollen keinen Identity Provider neu implementieren. Wir haben einen Privacy IDEA-Server und dann haben wir, um das Radius-Protokoll zu bedienen, zum Beispiel einen Radius-Plugin für einen Free-Radius. Um so Protokolle wie Saml oder OpenID Connect abzubilden, haben wir Plugins, die eben in Keycloak oder Simple Saml PHP reinspringen. Wir haben einen Authenticator-App, einen Credential Provider, das ist für die Leute, die im Prinzip so ein Betriebssystem aus Redmond irgendwie auf ihrem Notebook haben. dann kann ich also auch mich mit dem zweiten Faktor, den ich im Privacy IDEA ausgerollt habe, an meinem Windows Desktop anmelden. Und insofern verfolgen wir also das Konzept Plugins zu schreiben, damit, das soll dieses Bild hier darstellen, ich zentral meine zweiten Faktoren verwalten kann und über Plugins alle möglichen Applikationen oder Authentifizierungsdienste, Dienste allgemein anbinden kann. Ja, so ist es. Features, jetzt habe ich hier irgendwie so, ich will eigentlich gar nicht viel zu Features erzählen, weil dann würde ich nie fertig werden. Also Features ist you name it, we make it. Also ich glaube, in der Regel können wir so die Dinge, die notwendig sind, abbilden. Features, Features, egal, Features. Ja, jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Was ist im Prinzip in der Zeit passiert, als ich hier nicht in Kiel war? Also, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was im Prinzip so wie gesagt unsere Anwender oder Kunden im Prinzip oder die Anwender, die Privacy IDIR im Einsatz haben, die letzten zwei Jahre so erlebt haben. Und, ja, tun wir ja, da kommt das Wort Kunden vor, ist auch egal. Wir haben also Bestandskunden, die hatten irgendwie vor Jahren angefangen, Privacy IDIR zu nutzen und die hatten natürlich das Problem, oh, dass im Prinzip ihre Benutzerzahl gestiegen ist. dass der Vorzeigeanwendungsfall für Privacy IDIR ist Stand heute noch eigentlich Remote Authentication, also im Prinzip Anmeldung an dem VPN. Es wird gerade so, es shiftet gerade so ein bisschen in Richtung Web SSO, also im Prinzip Single Sign-On für Web-Dienste über beispielsweise das SAML-Protokoll. Und da gibt es also Kunden, die hatten die Herausforderung, ja, bisher haben nur 300 Leute von mir im Homeoffice gearbeitet, jetzt sind es 3000. Das Angenehme für die war eigentlich, wenn die vorher schon ihre Prozesse richtig definiert hatten, konnten sie einfach weitermachen. Privacy IDIR ist Open Source und hat so gesehen faktisch eigentlich keine Nutzerlimitierung. Ich habe dazu mal irgendwie hier auf diesem Link irgendwie einen kleinen Artikel geschrieben, auch zu dem Thema End of Life, also was passiert, wenn du eben keine Open Source Software einsetzt, sondern vielleicht eine proprietäre Software, die irgendwann mal sagt, nee, wir wollen die Software eigentlich einstellen und ach so, du hast jetzt 300 Benutzer und willst jetzt 1000 damit betreiben, ja dann müsstest du rein theoretisch deine Lizenz erweitern. Ja, das kannst du aber nicht, weil die Software End of Life ist, wir stellen hier keine Lizenzen mehr aus. Also vor einigen Jahren habe ich das tatsächlich selber erlebt, dass Unternehmen gesagt haben, ey, ich habe ja zehn neue Benutzer, ich muss den zehn neuen Benutzern noch einen zweiten Faktor ausrollen. Dann hat die proprietäre Software aber gesagt, ja deine Lizenz ist aber unterschritten, du kannst für die zehn neuen Benutzer keinen zweiten Faktor mehr ausrollen. Das ist natürlich doof, das ist bei zehn Benutzern sehr ärgerlich, wenn ich quasi 300 Benutzer habe und eigentlich 1000 bedienen muss, ist das natürlich ein Super-GAU. Über, ja, von der Unternehmensseite, wir vertreiben im Prinzip so Service-Level Agreements, die haben dann so eine leichte Benutzerabhängigkeit, das heißt, wir nehmen dann einen Kunden, wenn der bei uns Support kauft, natürlich, wenn er 1000 Benutzer drin hat, so ein paar Euro mehr ab, als wenn er 300 hat, aber im Endeffekt ist das kein Hinderungsgrund. Dann haben wir ganz interessante Sachen erlebt über Lieferengpässe. Wir haben tatsächlich einen Kunden aus dem Bereich so, wie heißen das, Facility Management, sag ich jetzt mal, und der hat, weiß ich nicht, roundabout, größenordnungsmäßig irgendwie so 10.000 User am Start und hat über die Jahre im Prinzip Hardware-Token an diese Benutzer verteilt. So, habe ich nicht dabei, also so, so kleine Schlüsselanhänger mit Display, die im Prinzip den OTP-Wert anzeigen. Ist ja auch die Herausforderung, sich zu überlegen, wieso nehmen die keine Smartphones? Ja, klar, weil irgendwie 10.000 Mitarbeiter keine Smartphones haben, ja, irgendwie im Prinzip Firmen, die Mitarbeiter hätten wahrscheinlich gerne ein Firmentelefon, ich habe nur so einen komischen Schlüsselanhänger gekriegt, Mist, auf jeden Fall, dieser Kunde hatte also irgendwie Tausende von Hardware-Token an die Mitarbeiter verteilt und kam dann um die Ecke und sagte natürlich wie alle anderen auch, ach, Herr Kölbel, wir haben ja jetzt viel mehr User in dem System und können Sie uns bitte nochmal ein Angebot machen, wir brauchen nur tausend Hardware-Token. Dann sagte ich, also Herr Piep, Sie wissen schon, wo die Hardware-Token herkommen? Die kommen aus China, die kriegen wir nicht, Häfen zu, zwischenzeitlich ist der Weg auch weiter geworden, weil da irgendwie jemand nicht gerade durch den Kanal fahren kann und so. Und gut, ungefähr zwei Monate später bin ich da selber reingetappt, habe quasi bei unserem Lieferanten nachgehabt, wir haben neue Mitarbeiter, ich hätte gern ein paar neue Lenovo-Notebooks. Da hat er das gleich zu mir gesagt, da habe ich mir gedacht, dumm von mir, hätte ich mir ja denken können. Ich hatte natürlich die Herausforderung, so ein Notebook zu schnitzen, ist schwierig. Bei dem Kunden war das eigentlich verhältnismäßig einfach. Der hat gesagt, naja, es gab natürlich Gründe, irgendwie Hardware-Token zu verwenden. Der hat sich aber dann eben entschieden, durch die Flexibilität von Privacy-Idea zu sagen, okay, die User, die jetzt gerade da sind, die kriegen halt, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gemacht hat, ob er denen tatsächlich eine Smartphone-App gegeben hat oder im Prinzip einen SMS oder einen E-Mail-Token. Also, dass ich einen zweiten Faktor, sprich ein einmal Passwort per SMS oder E-Mail an den Benutzer schicken kann. Das ist nicht schön, das ist nicht unbedingt sicherer, aber der Knackpunkt ist, das funktioniert. Und insofern hat man gesehen, manchmal ist man eben in der Situation, dass Dinge halt einfach jetzt mal funktionieren müssen. Auch wenn man sie langfristig vielleicht anders geplant hätte. Ja, das waren die Leute, die alten Vertrauten und dann haben wir irgendwie, haben sich Leute auf unsere Kontaktformular verirrt, nämlich die, die sich dem Thema Mehrfaktor- Authentifizierung plötzlich neu zugewandt haben. Es ist so, dass das Privacy-Idea als Open-Source-Software ziemlich leicht zu installieren ist. Wir haben im Prinzip so eine ausführliche Dokumentation bei Read the Docks und ja, das ist, die ist also, ich glaube, wenn man sie sich als PDF erzeugt und runterlädt, dann ist sie 400 Seiten lang. Also man kann da für lange, kalte Winterabende lange lesen und von der Installation her ist es aber auch recht einfach installierbar. Das heißt, die Kunden hatten eigentlich oder die Leute, die noch nicht wussten, dass sie Kunden werden, die im Prinzip haben das Bedürfnis, oh, ich muss mehr Faktor machen. Es gab da eine geringe Hürde im Prinzip, die konnten das halt schnell mal machen. Die IT-Abteilung kriegt reingeworfen, ey, alle Leute sind weg. Wir müssen doch jetzt zwei Faktor machen. Wir haben ein YouTube-Video, ein uraltes, das ist 6 Minutes to install Privacy IDEA. Und so ist es im Endeffekt. Im einfachsten Fall, wir haben zum Beispiel Pakete für Ubuntu LTS, Repository eingebunden, ab, install Privacy IDEA, Apache 2, zack, System fertig, Passwort gesetzt, hey, Chef, ich habe mal quasi ein Zwei-Faktor-System eingeführt. Haha, eingeführt. Wir hatten die Herausforderung, oder im Prinzip die neuen Zwei-Faktor-Anwender hatten die Herausforderung, wir hatten da noch ein Testsystem. Problem. Also manche sind ja erst losgelaufen, als sie das Problem hatten. Andere Leute hatten vielleicht schon im Jahr 2019, 2018 mal darüber sich Gedanken gemacht, ja, wir könnten mal Zwei-Faktor-Einführen. So, und diesen Satz habe ich also auch oft gehört, ja, wir hatten da irgendwie, eigentlich wollten wir uns das anschauen und haben das mal getestet und plötzlich sollte ich ganz viele Benutzer ausrollen und dann war es produktiv. Ja, hm, und es war eigentlich ganz interessant, weil wir haben uns dann überlegt, ja, was machen wir denn jetzt mit den Leuten? Die standen da und haben behauptet, es funktioniert doch, wir brauchen jetzt nur noch Support, so, einen Support-Vertrag, wenn mal was kaputt geht. So, ich habe da mal ein Haus gebaut und kann ich da vielleicht irgendwie eine Feuerversicherung abschließen, wenn, falls es mal abbrennt. Das heißt, da wird man sich auch überlegen, wie sieht denn dein Haus überhaupt aus? Das heißt, wir haben in der Zeit eigentlich so etwas wie ein Setup-Review eingeführt, dass wir gesagt haben zum Kunden, toll, dass du Privacy-Idea gefunden hast, aber wir sollten nochmal einen Schritt zurücktreten und uns mal unterhalten, wie hast du das installiert und konfiguriert und gibt es da noch irgendwas zu bedenken und zu machen oder fliegt uns das nächste Woche um die Ohren? Ja, und viel war tatsächlich auch Leute irgendwie aus Stadtverwaltung anzutreffen, jetzt nicht unbedingt dieser, die hier auf dem Bild vertreten ist, aber die hatten ja gegebenenfalls das Problem, dass sie so etwas wie Remote noch vorher nie gehört haben, vor allem, das ist ja ein englisches Wort, was ist denn das über, ach, Telearbeit, also insofern, das ist, das war eben auch die Herausforderung, was komplett Neues zu machen, was eben auch möglichst sehr schnell gehen sollte. prinzipiell, habe ich hier irgendwas übersprungen, ja, prinzipiell haben natürlich alle, alle, alle haben das Problem, dass Benutzer irgendwann nicht mehr richtig erreichbar sind. Doch, doch, wir haben ja Teams. Ne, Benutzer sind nicht erreichbar, weil, wie ging das denn früher? Wir haben auch mit einigen Krankenhäusern zu tun und früher war es tatsächlich so, das Beste war quasi die Ärzte, die für Remote arbeiten, zweiten Faktor kriegen sollten, ja, die Ärzte, die sollen mal gefälligst im Keller vorbeikommen, in der IT-Abteilung und dann kriegen sie mal erklärt, wie das funktioniert. Was in einem gewissen Maße eigentlich auch kein schlechter Rollout-Prozess ist, weil alle Leute, die immer sagen, ach, wir haben hier ein Self-Service-Portal und ich kann alle Aufgaben auf den Benutzer abwälzen. Ich glaube, jener, der eine Weile in der IT tätig ist, weiß, dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch dazu führen kann, dass die Leute nicht kapieren, was sie machen sollen und ich eigentlich mehr Support-Requests kriege, als wenn ich es vorher selber gemacht hätte. Also es gibt da immer so eine Anzahl, wo man sagen könnte, naja, bis zu der Anzahl ist es durchaus irgendwo sinnvoll, die Benutzer nochmal zur Seite zu nehmen und ein bisschen was zu erzählen und zu erklären und später kann ich mir dann im Prinzip Gedanken über Prozesse machen. Aber ich kann eben nicht mehr sagen, ja, kommt mal vorbei. Beziehungsweise, ja, Moment, Krankenhaus, lustiges Beispiel, weil ja, die Ärzte hätten natürlich im Keller vorbeikommen können bei der IT. Da saß aber keiner mehr. Also insofern war da plötzlich die Frage, was mache ich denn jetzt mit meinen Prozessen, die im Prinzip die ganze Zeit so gut funktioniert haben? Da muss ich mir, muss ich ummodeln, da muss ich mir was Neues ausdenken. Und wie schon gesagt, ja, früher hieß es, komm beim User Helpdesk vorbei, dann erklärt dir auch mal einer hier, wie HTML richtig funktioniert, ja, und inzwischen kannst du halt nicht mehr beim User Helpdesk vorbeikommen. Und das Nette ist, was ich so nonchalant übersprungen bin von den Features, wir haben beispielsweise in Privacy Ideas sowas wie ein Event-Händler-Konzept. Das heißt, wenn im Prinzip das Ding hat eine Rest-API, wenn irgendeine Aktion auf dem System passiert, kann ich, also wenn ein Request an dem System ankommt, kann ich ganz individuell neue Aktionen auslösen. Das Einfachste ist zum Beispiel Benachrichtigungen, wenn die Benutzer nicht da sind, super, dann kann ich sie automatisch benachrichtigen. Das Komplexeste ist, ich kann komplette Skripte ausführen, um Dinge zu tun, an die ich vorher vielleicht nicht gedacht habe. Also, mir geht es so, dass ich im Jahr 2019 an manche Dinge, die in den Folgejahren passiert sind, auch nicht gedacht habe. Aber zum Blick kann man Skripthändler. Ja, so, und was lerne ich jetzt daraus? You need to touch a running system. Im Endeffekt, die Systeme, wie sie im Prinzip da irgendwo standen vorher, konnten auf die Art und Weise nicht unbedingt weiterlaufen. Und das heißt, ich brauche eigentlich ein System, was ich auch modifizieren kann, was irgendwie flexibel ist. Der andere Punkt ist, was ich sonst auch immer sage, der sicherste zweite Faktor ist nicht der beste notwendigerweise. Stellt euch vor, die Leute hätten potenziell den sichersten zweiten Faktor verwendeten Hardware WebAuthn Token, der macht asymmetrische Kryptografie bei der Authentifizierung, elliptische Kurven, schieß mich tot. Ja, super, dann muss ich 2000 Briefe packen und irgendwie Hardware WebAuthn Token an meine neuen externen Benutzer verschicken. Das heißt, dann kann ich natürlich machen, muss aber eben auch viel Zeit in die Planung von so einem Prozess und in die Durchführung von so einem Prozess einrechnen. Naja, und welcher zweite Faktor eigentlich demnächst funktioniert und nutzbar ist, weiß ich heute gegebenenfalls auch noch nicht. Wenn ich ein System im Einsatz hätte, das sicherste System überhaupt, ja, boah, kryptografisch kann WebAuthn Entschuldigung, ich reite da so drauf rum, nein, ich finde es ja prinzipiell gut, ist aber halt, hat halt seine organisatorischen Herausforderungen. Ich habe ein System, oh, WebAuthn, alle meine Remote-Arbeitsplätze sind damit abgesichert. Ja, was mache ich denn dann, wenn im Prinzip meine Benutzer von 300 auf 1000 ansteigen? Da muss ich erstmal zusehen, dass ich die Hardware kriege, die Authenticat, die Token, ja, und dann muss ich sehen, wie ich die an die Leute kriege. Im Endeffekt genau das gleiche Problem, was der andere Kunde hatte mit seinen Hardware-Keyfob-Token, mit den OTP-Generatoren. So, und wenn ich dann ein System habe, was eben nur WebAuthn kann, oder wenn ich dann ein System habe, wo ich nur Hardware-OTP-Token importieren kann, dann habe ich eben ein echtes Problem. Ja, so, jetzt holen wir mal die Glaskugel raus und gucken so ein bisschen uns die Zukunft an. Ich postuliere mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine Energiekrise und gucke mir ein Szenario an, wo vielleicht irgendwie eine Insellösung noch läuft. Ja gut, man könnte zum Beispiel Blackout, Brownout, keine Ahnung, das haben wir jetzt alle mal gehört nehmen und ich nehme zum Beispiel ein Krankenhaus. Ja, das hat, Mist, das hat zu kurz Notstrom, aber es hat halt Notstrom, ja, oder eine Forschungseinrichtung. Also ich habe jetzt gelernt hier, ich kann ja gegebenenfalls auch irgendwie anders mir Insellösung schaffen. So, jetzt habe ich in meinem Krankenhaus quasi, wo sich die Ärzte irgendwie tipper, tipper, tipper mit dem zweiten Faktor anmelden müssen, aber dummerweise Azure MFA genommen. Ich weiß nicht, ob mein Notstromaggregat ausreicht, um Azure MFA zu erreichen. Wie lange hält der Akku von meinem Handy? Sprich, ach so, das ist jetzt natürlich ein bisschen konstruiert, also ich meine, wenn ich eine Smartphone-App habe mit einem OTP-Generator, funktioniert der zweite Faktor natürlich offline. das ist ja hat was, ist ein Argument dafür. Wenn ich ein Smartphone nutze in einer Push-Funktionalität, dann brauche ich eine Netzwerkverbindung, weil im Prinzip diese Challenge, möchtest du dich anmelden, klick, ja, natürlich irgendwie über ein Netzwerk zu mir kommt. Aber ist vielleicht mein Handy trotzdem so oder so irgendwann mal alle? Ach, habe ich schon verraten, Mobilfunknetz, ist das verfügbar? Push-Token habe ich auch schon verraten. Nächste Frage ist, die Herausforderung ist ja jetzt, dass Unternehmen sich überlegen müssen, wie sie Geld verdienen. Das heißt, wie sieht meine Wertschöpfungskette aus? Ändert sich meine Wertschöpfungskette? Muss ich vielleicht irgendwie andere Angebote in Zukunft offerieren? Ich muss jetzt Sachen im Webshop verkaufen, wo ich früher nie einen Webshop hatte oder ich muss komplett andere Applikationen bereitstellen. Also, was werde ich in Zukunft für Applikationen betreiben? Hey, super, im Prinzip mein Businessmodell, mein Geschäftsmodell funktionierte bisher immer darauf und ich habe Applikation A genutzt und in Applikation A gab es eine integrierte Mehrfaktor- Authentifizierung. Das hat super funktioniert. Es geht mir als Unternehmen aber das Geld aus und ich muss handeln. Ach, wir machen in Zukunft was, dafür brauche ich Applikation B. Ja, Applikation B hat aber keine Mehrfaktor- Authentifizierung mehr. Und das ist eben so diese Frage, was ich schon sagte, dieses Konzept gegen, betreibe ich eine applikationsinterne Mehrfaktor- Authentifizierung oder mache ich das irgendwie zentral? Es gibt viele coole Software auf dieser Welt und die im Prinzip auch coole Sachen machen und zwei Faktor auch mitbringen und auch WordPress. Also, wenn ihr da mal in diesen WordPress-Store irgendwie reinschaut, es gibt ja sieben Milliarden irgendwie Zwei-Faktor-Plugins für WordPress oder so. Und es ist natürlich sinnvoll, prinzipiell ist es vielleicht sinnvoller als nichts, aber die Frage ist, es gibt halt jetzt vielleicht neue Erfahrungswerte für die Evaluierung eines solchen Konzepts. Dann ist es natürlich bestimmt auch sinnvoll, irgendwie auf offene Standards zu setzen, weil, wenn ich im Prinzip meine Infrastruktur bereits so gebaut habe, dass ich irgendwo so einen Identity-Provider für Single Sign-On habe, dann passiert die Zwei-Faktor- Authentifizierung an diesem Identity-Provider. Wenn ich also meine Wertschöpfungskette ändern muss und eine neue Applikation hinsetze, muss ich gar nicht mehr gucken, oh, kann ich die irgendwie in Zwei-Faktor einbinden, sondern dann muss ich eigentlich nur noch schauen, okay, dann binde ich die an Single Sign-On an. Und wenn die Applikation das nicht kann, sollte man die heutzutage nicht mehr einsetzen. Ja. Ja. Wachsen wir weiter zusammen oder brechen wir auseinander? Also, funktioniert das mit der Globalisierung irgendwie auf längere Frist, auf längere Sicht oder gibt es da auch mal Schluckaufse? Ähm, ja, die chinesische Firewall. Ich habe jetzt mal zum Beispiel geguckt, das ist ja noch gar nicht so lang her, da haben die, war da nicht auch, war da nicht auch Google, Amazon involviert, Marea, das ist irgendwie dieses transatlantische Internetkabel, was vor, keine Ahnung, noch nicht mal zehn Jahren oder so, roundabout, rüberge, dingsbumst, rübergelegt worden ist. Das heißt, unabhängig davon quasi, was sich die Leute politisch ausdenken, ist das so robust, dass es im Prinzip immer hält, ja, also was passiert, wenn, wie schnell ist unser Uplink hier? Also, ich sage mal, wenn ich bei mir im Unternehmen sitze, ja, mit meinen 500 Kollegen und im Endeffekt ich irgendwann nur noch ein Mbit Internetconnection habe, um irgendwo meine Cloud-Dienste zu nutzen, ja, die eben vielleicht nicht in Europa gehostet sind, sondern auf der anderen Seite vom Teich, ja, dann habe ich eben auch ein Problem. Ja, genau, ach, und im Endeffekt, es ist so, deswegen habe ich hier diesen lustigen, diesen lustigen, weiß jemand, was das ist, also das ist ein, das ist angeblich ein Teilchenbeschleuniger, keine Ahnung, also irgendwie so ein Linear Accelerator und das ist Stand heute schon so, wenn da irgendwo ein Teilchenbeschleuniger rumsteht, dann gibt es ganz viele Wissenschaftler, die die nutzen, die gehen da aber nicht da unten in den Keller hin, sondern die sitzen remote in Japan und nicht, doch, ja, doch, doch, und ja, ja, und dann buchen die sich Zeit, dann buchen die sich da quasi Strahlzeit für ihr Experiment und ich meine, die Herausforderung hat so einen, wie heißt denn das, so eine Forschungseinrichtung heißt das, heute schon, ja, das ist, weil auch heute sitzen die Wissenschaftler schon in Japan und sagen, ey, ich will bei euch mal was reinstellen und messen, ja, das heißt auch heute ist für die schon die Frage, wie gestalte ich denn den Rollout, ja, wie erreiche ich, dass der Wissenschaftler, der hier im Prinzip die Strahlzeit nutzen möchte, die halt auch nicht so preiswert ist, sich vernünftig authentisiert, ja, damit der nicht, ja, ja, und wir reden oft viel über Rollout, ja, aber spannende Frage ist eben tatsächlich auch ein Rollover, ja, komm, wie alt ist euer Handy? Wie alt ist euer Handy? Fünf Jahre? Sechs Jahre? Lauter Kopfschütteln, ne? Also, das ist der Punkt, ähm, die Benutzer holen sich irgendwann ein neues Smartphone, wenn ich jetzt mal im Prinzip zwei Faktor-Authentifizierung mit Smartphone betrachte und da muss ich mir überlegen, hier auf dem Smartphone liegt, äh, kryptografisches Schlüsselmaterial, das muss ich irgendwie austauschen, neu ausrollen, wenn der Benutzer mit dem neuen Smartphone um die Ecke kommt. Also, es gibt einen bunten Blumenstrauß an Prozessen, den man sich überlegen will, wie man das irgendwie abbildet. Ja, dankeschön. Jetzt sitzt ihr da und sagt, ja, und was soll ich dann heute machen? Äh, weiß ich doch nicht. Also, Smartphones sind ja ganz nett, ich bin aber von der Infrastruktur abhängig, ja, also wenn ein Netzwerk weg ist, schlecht. Auch hier kann ich in Lieferengpässe geraten. Zweite Faktoren per E-Mail. Ja, gut, das darf man halt quasi beim IT-Stammtisch nicht zu laut erzählen, ja, ich bin auch abhängig von der Infrastruktur, habe aber gegebenenfalls keine Lieferprobleme. Tannlisten, ja, hohoho, ähm, da könnte ich argumentieren, da brauche ich eigentlich gar nichts, außer Papier. Ja, gut. Ähm, WebAuthN, es ist eine interessante Sache, aber es mangelt eigentlich noch oder das Problem ist noch die Verbreitung in den Applikationen, ja. Und im Endeffekt alles, was irgendwie Hardware ist, hat das Problem mit Lieferengpässen. So, und, geht's immer nur aufwärts, ähm, nächstes Szenario die Rezession, ähm, die Frage ist auch, wenn ich also irgendwo ein Mehrfaktorsystem habe, habe ich die Möglichkeit, das weiter zu nutzen und gegebenenfalls trotzdem Kosten einzusparen, ja. Ähm, das heißt, wenn ich mein Unternehmen verschlanken muss, wenn ich, äh, äh, im Prinzip auf andere Arten und Weisen Kosten sparen muss, habe ich da die Möglichkeit, im Prinzip runterzukommen oder sitze ich da irgendwie in einer, äh, Abo-Falle oder so, ja. So, wie wir im Prinzip am Hintergrund sehen, ähm, haben auch, äh, große deutsche, äh, wie heißt das? Ach, stehe ich ja im Schlauch. Ähm, haben auch Hersteller von Produkten, die eigentlich, das ist ein, das ist ein Dauerbrenner, ja, also Klopapier, wer will, wer braucht, wer will das nicht gerne haben, ja. Ähm, äh, auch die haben Probleme, Geld wird knapp, Firmen gehen pleite. Was passiert? Da liegt so ein Firmen-Skelett rum, ja, es kommt eine andere Firma, so, ach, komm, nehme ich, ja, das heißt, man kann damit rechnen, dass in Zukunft, ähm, das Thema Mergers und Acquisitions, also im Prinzip Unternehmenszusammenschlüsse, immer mehr werden, ja, also, ähm, und, das heißt, ich muss mir überlegen, wie kann ich auch an der Stelle, vielleicht, heute schon darauf achten, dass es mir möglich ist, mehrere Unternehmen miteinander zu verbinden, hupser, also wir hatten es in der Vergangenheit manchmal, Projekte, wo im Prinzip, zwei Unternehmen zusammenkamen, das eine Unternehmen hat meinetwegen gesagt, ach, ich habe die Mehrfaktorlösung, ich habe die, aber am Ende des Tages, wollten sie eine einheitliche haben, ja, ja, ach, nochmal Erkenntnisse, es ist immer gut, einen Plan B zu haben, ja, also, ähm, ich freue mich darauf, wenn wir beispielsweise WebAuthN bald besser nutzen können, aber die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, die alten Zöpfe abzuschneiden, will ich das jetzt schon tun? Tendenziell eher nicht, denn meines Erachtens ist es kriegsentscheidend irgendwo, ähm, wenn ich das so sagen darf, Alternativen dazu haben, und eben auch tatsächlich gegensätzliche, gegenläufige Alternativen, ja, die, WebAuthN ist meinetwegen auch in vielen Fällen in Hardware ausgeprägt, wenn meine Alternative dann ist zu sagen, ach, guck mal, alternativ habe ich ja Tfob-Hardware-Token, dann habe ich da natürlich ein Problem, Hardware, was an beiden Stellen existiert, ja, insofern muss man sich eben überlegen, wie sehen meine Alternativen aus? Ach, WebAuthN, das dauert trotzdem noch eine Weile, weil WebAuthN ist ein Protokoll, das ist aber irgendwie nur der, der Rahmen für ganz, 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 ganz viele andere Protokolle, das heißt, dass, wenn ihr ein YubiKey kennt, WebAuthN, YubiKey, der spricht intern ein anderes Protokoll, als der Smartcard-Leser mit dem TPM auf meinem ThinkPad, das heißt, wenn ich sage, oh, ich kann hier WebAuthN machen, heißt das lange noch nicht, dass alle WebAuthN-Token funktionieren. Ich hoffe, ihr habt schön eingeweckt, weil, es ist auch hier gegebenenfalls durchaus interessant, sich zu überlegen, hier, On-Premise, gibt mir eben auch in diesem Bereich einfach eine gewisse Unabhängigkeit. Ich kann auch irgendwie meine Kosten unter Kontrolle halten. Was mache ich, wenn mein Cloud-Anbieter sagt, ja, Leute, ihr seht ja draußen, alles wird teurer, ja, guck mal, hier im Prinzip ist die, deine, deine Rechnung für deinen Cloud-MFA ist halt jetzt mal leider doppelt so hoch. Ja, weiter, wie ist das mit der Privatsphäre, und Biometrie, da habe ich jetzt gar kein Board zu verloren. Ich bin da sehr zwiegespalten. Wir denken tatsächlich selber so ein bisschen nach, gewisse Biometrie-Aspekte in Privacy-ID einzuführen, wenn man sie denn nutzen will. Also es könnte so Szenarien geben, wie, dass man sich zum Beispiel überlegt, dass in gewissen Prozessen, wie zum Beispiel, der Benutzer hat seinen Token verloren, man sagt, naja, Benutzer, wenn du deinen Token verloren hast, anstatt das, 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 den User-Held-Desk anzurufen, kannst du irgendwo hingehen und kannst dein Gesicht, was wir irgendwann mal erfasst haben, vor die Kamera halten. Das kann dann jeder für sich entscheiden, ob er sowas machen möchte oder nicht. Ja, mein Resümee ist eigentlich einfach zu sagen, setzt nicht auf ein Pferd, nehmt einfach den ganzen Stall oder den ganzen Zoo. Und insofern, wenn ihr im Prinzip, wenn auch das Thema mehr Faktor-Authentifizierung, was für euch ist und ihr damit sicher in die Zukunft gehen wollt, denkt eben nicht nur an die IT-Sicherheit, sondern auch an die Safety, dass im Prinzip eure Mehrfaktor-Authentifizierung auch in Zukunft unter unerwarteten Eventualitäten funktionieren kann. Und hier findet ihr noch ein paar Links zum Privacy-Idea-Projekt. Es gibt eine etwas angegraute Podcast-Reihe von mir, wo ich auch so ein bisschen Top-Levelig-Gedanken erzähle und im YouTube-Kanal erzählen wir so verschiedene technische Aspekte dazu. Habt ihr also Platz, Orte euch weiter zu informieren. Dankeschön erstmal. Sind es soweit noch irgendwelche Fragen? Also im Chat sind keine Fragen. Ich nehme an, die sind schon alle auf der Seite und gucken jetzt mal, was denn die da so finden. Dann erstmal vielen Dank für den Vortrag. Gerne. Danke. Danke.